Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kunden und Kundinnen des Linde-Vertrags. Herzlich willkommen bei dieser kurzen Einführung in die effiziente Bedienung des Rechercheportals Linde Digital. Folgende Inhalte werden in diesem Video behandelt. Grundaufbau der Datenbank Linde Digital Navigation und Orientierung Linde Digital als elektronische Bibliothek. Wo finde ich die Fachliteratur? Wie kann ich in ein Buch, in eine Zeitschrift einsteigen, dort blättern, suchen, drucken etc.? Und Linde Digital als Recherche-Datenbank. Wie suche ich, wie finde ich möglichst schnell und unkompliziert die passende Literatur, die passende Judikatur, Richtlinien und Vorschriften zu meiner aktuellen Themenstellung. Kommen wir zum ersten Punkt. Grundaufbau und Einstieg. Sie erreichen dieses Rechercheportal Linde Digital über die Webadresse www.lindedigital.at. Dann melden Sie sich hier bitte mit dem Benutzernamen, das ist Ihre E-Mail-Adresse bzw. mit Ihrem Passwort an. Haben Sie noch keinen Linde Digital User, so können Sie sich sehr schnell und einfach registrieren und das User anlegen, nämlich hier über das Feld registrieren. Sie geben Ihre Mailadresse, ein selbst gewähltes Passwort, akzeptieren die AGBs und sind damit dann registriert und schon automatisch eingeloggt. Kurz zum Aufbau der Oberfläche von Linde Digital. Sie haben hier ganz oben die Suchzeile. Hier können Sie Suchbegriffe eingeben, hier können Sie Paragrafen eingeben, Geschäftszahlen und es werden dann dementsprechend die Inhalte durchsucht. Inzwischen bin ich auch schon erfolgreich eingeloggt. Unter der Suchzeile haben Sie hier eine Navigationsleiste, die ist also ganz zentral wichtig für Linde Digital, für Ihre Navigation, für Ihre Orientierung. Dort wo der blaue Balken drunter ist, dort befinden Sie sich gerade. Also in dem Fall bin ich in der Übersicht, das ist quasi die Startseite. Sie können dann wechseln in die Gesamtbibliothek. Dazu kommen wir dann später bei der Suche, genauso wie die eigene Bibliothek. Sobald Sie eine gewisse Publikation aus der Übersicht öffnen, befinden Sie sich dann hier in diesem Publikationsreiter. Im Reiter Services finden Sie also mehrere Services externer Natur, die Sie anklicken können, sofern Sie das abonniert haben. Und in mein Konto können Sie sich beispielsweise eine Seriennummer hinterlegen, die Sie aufgrund eines Abo-Abschlusses von uns erhalten haben. Nach der Aktivierung der Seriennummer steht sofort die enthaltene Literatur zur Verfügung. Wir gehen jetzt in die Übersicht. Sie sehen grundsätzlich, dass Sie bei jedem dieser Reiter hier auch einen dreispaltigen Aufbau haben. Also grundsätzlich ist der ganz linke Bereich ganz zentral wichtig für Sie, weil hier finden Sie Ihre Publikationen, die Sie bei uns abonniert haben. Über den eigenen Inhalten haben Sie eine Kategorie, die nennt sich aktuelle Zeitschriften. Wenn Sie die aufklappen, haben Sie immer die letzten drei Hefte jeder unserer Zeitschriften. Für Zeitschriften-Abonnenten bieten wir natürlich auch den Service des Archivs. Das heißt, wenn Sie beispielsweise eine ältere Ausgabe der Zeitschrift ASOC benötigen, dann klappen Sie hier nochmal das Arbeitsrecht auf und Sie haben die Zeitschrift hier nochmal an erster Stelle aufgelistet. Beklicke ich jetzt in die ASOC hinein und wechsle dann hier links in der Spalte auf Inhalt ASOC. Sehen Sie jetzt alle Jahrgänge bis in dem Fall 1997 enthalten und Sie können dann dementsprechend den gewünschten Jahrgang und das gewünschte Heft aufklappen und sind dann direkt wieder im Inhaltsverzeichnis. Wenn ich mir jetzt ein bestimmtes Buch auswähle und in dieses Buch einsteigen möchte, dort blättern möchte, dort recherchieren möchte, dann mache ich das eben hier auch, indem ich das bestimmte Buch anklicke. Gehen wir jetzt zum Beispiel in den Arbeitszeitgesetz Kommentar von Schrank. Ich klicke mich jetzt hier ins Inhaltsverzeichnis des Arbeitszeitgesetz Kommentars. Über das Inhaltsverzeichnis komme ich jetzt zum Beispiel direkt in den Paragraf 1a Arbeitszeitgesetz. Der Aufbau in Linde Digital entspricht dem Aufbau im Buch. Das heißt, Sie haben zunächst den Gesetzestext und dann kommen Sie schon in die Übersicht der Kommentierung. Sie sehen, dass die einzelnen Randziffern hier rechts auch direkt verlinkt sind. Sie können sich zum Beispiel in die Kommentierung der bloßen Zulassung von Abweichungen in die Randziffer 18 also direkt rein verlinken. So, jetzt bin ich also direkt hier in dem dementsprechenden Kapitel. Die Info über das Kapitel sehe ich immer in der Kopfzeile. Links in der Spalte generiert sich immer automatisch das Inhaltsverzeichnis des jeweiligen Werkes. Sie haben dann mit den blauen Balken immer die Information, wo befinde ich mich gerade im Buch. Dementsprechend können Sie auch das Inhaltsverzeichnis heranziehen, um in einen anderen Abschnitt, in einen anderen Paragrafen im jeweiligen Kommentar auch zu wechseln. Sie sehen dann im Text immer wieder Verlinkungen. Wenn Sie mit der Maus diesen Link aktivieren, landen Sie in dem Fall zum Beispiel wieder im Arbeitsruhegesetz § 19. Wollen Sie wieder zurückkehren auf den Kommentar gibt es also mehrere Wege. Hier im Dokument stehen Ihnen mehrere Icons zur Verfügung. Das obere Icon blättert zurück auf das vorhergehende Dokument. Ich persönlich empfehle sehr rechts die Funktion zuletzt gelesen. Mit dem Link komme ich jetzt direkt wieder in den Paragraf 18b in der Kommentierung. Alle Links führen also in andere Dokumente in Linde Digital, nur sehr selten gibt es auch externe Links. Sie möchten jetzt nur im Kommentar suchen. Dazu geben Sie jetzt in der Suchzeile Begriffe ein, zum Beispiel fliegendes Personal. Sie sehen, dass Sie jetzt 14 Treffer im Kommentar Arbeitszeitgesetz, den Sie gerade offen haben, finden. Wo finden Sie jetzt diese 14 Treffer? Dazu schauen wir uns wieder die linke Spalte an. Sie sehen jetzt hier 14 Treffer sortiert nach Relevanz im jeweiligen Werk. Und Sie können jetzt aus dieser Trefferliste heraus dann die dementsprechenden Treffer wieder öffnen. Es bleiben links immer die 14 Treffer weiterhin angezeigt, sodass Sie ganz bequem in mehrere Treffer einsteigen können. Sie haben dann die Suchbegriffe auch im Text gehighlighted. Sie sehen oben in den Reitern, dass diese Suche nicht nur im Buch durchgeführt wird, das Sie gerade offen haben, sondern auch in Ihrer eigenen Bibliothek und in der Gesamtbibliothek in den Publikationen, die es generell in Linde Digital gibt. Hier haben Sie dann auch Treffer von Büchern, die Sie nicht in Ihrem Abo haben. Sie sehen also, dass ein Vorteil dieser Reiterstruktur darin besteht, dass Sie zwischen dem Dokument und der Startseite wieder ganz schnell wechseln können. Sie finden dann am Ende dieser Themenkategorien einen Reiter Wissenschaft. Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen, die für alle Linde Digital User freigegeben sind. Und Sie finden das Archiv. Hier haben Sie die Vorauflagen der Fachliteratur, der Bücher eingearbeitet. Das gilt allerdings nicht für die Zeitschriften. Weiters ist in Linde Digital für jeden Kunden enthalten eine Sammlung an Vorschriften, an Richtlinien und an Judikatur. Sie können beispielsweise auch Steuerrichtlinien über Linde Digital verwenden, indem Sie dann über die dementsprechende Struktur dann in die gewünschte Randziffer der Steuerrichtlinien auch blättern können. Es gibt hier noch einen speziellen Service, was die Vorschriften betrifft. Wir verlinken es jetzt zum Beispiel in dem § 6 Einkommensteuergesetz. Dieser Service besteht darin, dass Sie grundsätzlich immer in die aktuell gültige Fassung kommen. Das sehen Sie in der Kopfzeile. Und Sie haben dann rechts den Menüpunkt Fassungen. Hier sehen Sie dann die historischen Fassungen dieses Paragrafen bis 1988 zurück aufgelistet. Sie können dann separat eine ältere Fassung öffnen. Und der Mehrwert besteht jetzt darin, dass Sie hier auch einen Fassungsvergleich aktivieren können, wo Sie also die aktuell gültige Fassung zum Beispiel mit der vorhergehenden Fassung vergleichen können. Hier arbeiten wir mit Farben. Grün heißt, dieser Text ist neu dazugekommen. Im Vergleich zur Vorfassung. Orange heißt, dieser Text ist weggefallen. Orange durchgestrichen. Sie deaktivieren den Fassungsvergleich, indem Sie wieder noch einmal in dieses Kästchen reinklicken. Eine ganz zentrale Rolle bei Linde Digital spielt die Funktion der Passivzitate. Hier sehen Sie beispielsweise für den § 6 ESDG die Kommentare, wo dieser Paragraf kommentiert wird. Das heißt, Sie können hier direkt in den Jakom oder in den Dorald wechseln, sofern Sie die auch abonniert haben. Oder Sie sehen eben 88 Treffer, wo der § 6 in einer Überschrift eines Kapitels eingeführt wird. Diese Funktion steht natürlich auch bei Judikatur zur Verfügung. Das heißt, wenn Sie irgendeine Entscheidung öffnen, zum Beispiel hier eine BFG-Entscheidung, sehen Sie dann in dem Fall auch, ob diese Entscheidung irgendwo zitiert ist. Hier gibt es eine Fundstelle in der Textlex. Das ist eine Zeitschrift von Manz. Hier können wir Ihnen nicht den Volltext anbieten, sondern ein Indexdokument mit einem Link, der in die RDP führt. Das heißt, diese Passivzitate-Funktion ist für Ihre Recherche in Linde Digital ein ganz zentrales Element. Wir wechseln bitte wieder zurück in die Übersichtseite und haben jetzt das Kapitel abgeschlossen. Wie verwende ich jetzt Linde Digital als elektronische Bibliothek? Bevor wir jetzt noch zum Thema, wie verwende ich Linde Digital als Suchdatenbank, kommen, noch kurz. Wie kann ich jetzt beispielsweise ein Dokument ausdrucken? Wenn Sie jetzt in einem Dokument sind, wie hier in dieser BFG-Entscheidung, gibt es hier dieses Drucksymbol. Sie können über Seite Drucken dementsprechend in Druckmanager wechseln und das angeführte Dokument jetzt entweder als Papier ausdrucken oder über einen PDF-Writer als PDF abspeichern. Eine ganz interessante Funktion versteckt sich hier hinter diesem Kettensymbol. Sie können also beliebig viele Dokumente parallel in einem neuen Reiter öffnen. Wenn Sie einen zweiten Bildschirm haben, können Sie sich beispielsweise ein Dokument auf dem zweiten Bildschirm rüberlegen. Die Vollbildfunktion blendet die linke und die rechte Spalte aus. Ist vielleicht fürs Auge angenehmer zu arbeiten, wenn Sie jetzt ein Dokument auf dem Bildschirm lesen möchten. Noch einmal reingeklickt kommen Sie wieder in die Normalfunktion. Wenn ich jetzt in eine Zeitschrift wechsle, werden Sie sehen, dass es also ein Feature mehr gibt. Und zwar haben Sie dann zusätzlich noch auch den PDF-Button hier angeführt. Bei Zeitschriften können Sie auch das Original-PDF der jeweiligen Zeitschrift öffnen und dementsprechend weiterverarbeiten. Gut, dann kommen wir zum dritten Thema, nämlich wie suche ich jetzt in Linde Digital? Wir bleiben bei unserem Beispiel fliegendes Personal. Sofern Sie also in der Startseite sind, landen Sie jetzt in der Trefferliste eigene Bibliothek. Die komplette Judikatur, die Richtlinien, die Vorschriften stehen jeden Linde Digital Kunden zur Verfügung und sind natürlich auch dementsprechend in der eigenen Bibliothek enthalten. Sie bekommen jetzt zu dem fliegenden Personal insgesamt 150 Treffer. Diese 150 Treffer sind jetzt hier mal nach Relevanz aufgelistet. Sofern Sie es hier nicht eingestellt haben, können Sie hier mit diesem Einstellungssymbol zu jedem Treffer eine Trefferumgebung einblenden und bei manchen Dokumenten gibt es auch einen Teaser. Diese Funktion kann jeder individuell auf seinem Rechner einstellen. Über Cookies wird das gemerkt, das haben Sie dann beim nächsten Einstieg wieder automatisch eingeblendet. Das macht, glaube ich, Sinn, weil Sie eben hier schon mehr Informationen in der Trefferliste erhalten. Sie können aktiv über dieses AZ-Symbol auch nach anderen Kriterien sortieren, beispielsweise nach dem Datum. Dann haben Sie immer das aktuellste Dokument ganz oben und eine chronologische Reihenfolge. Wie kann ich jetzt diese Treffer reduzieren? Auf ein vernünftiges Maß. Dazu können Sie in der eigenen Bibliothek links mit den vier Schnellfiltern arbeiten. Aktualität, Thema, Dokumenttyp, Werk. Wir wollen beispielsweise nur die Judikatur der letzten drei Jahre uns ansehen. Wie mache ich das? Ich gebe Aktualität mit den Schieberegler auf drei Jahre. Wähle mir bei Dokumenttyp die Judikatur und dann habe ich genau die Treffer der letzten drei Jahre. Sie können dann jeden Filter wieder separat aufheben. Beziehungsweise können Sie links auf Filter zurücksetzen, klicken und es werden alle Filter deaktiviert. Zusätzlich bieten wir Ihnen seit einiger Zeit ein neues Feature. Das nennt sich Smart Rank, ist hier unter dem Schnellfilter aufklappbar. Hier werden die angezeigten Begriffe, die anzeigten Dokumente, Entschuldigung, und Begriffe, die besonders häufig vorkommen, werden hier in dieser Smart Rank angezeigt. Sie können die ausgewählten Suchbegriffe mit diesem X wieder weggeben, beziehungsweise können Sie auch mit diesen Balken die Gewichtung des jeweiligen Begriffs einstellen. Gehen wir jetzt nochmal hier in die eigene Bibliothek. Wenn Sie jetzt hier einen dieser angezeigten Treffer öffnen möchten, dann klicken Sie bitte einfach auf den Link, kommen dann direkt ins ausgewählte Dokument, das Sie wiederum ausdrucken können oder ablegen können. Wie kommen Sie wieder in die Trefferliste zurück? Ganz einfach, Sie wechseln einfach mit dem Reiter wieder in die eigene Bibliothek. Insofern können Sie hier oben, wie schon gesagt, mit dieser Reiterstruktur zwischen dem Dokument der letzten Trefferliste und der Startseite immer hin und her wechseln. So, wir machen vielleicht mal einen anderen Suchbegriff, zum Beispiel Vermietung, Ferienwohnung, Liebhaberei. Leerzeichen zwischen Begriffen ist eine Unverknüpfung. Die Mehrzahl der Begriffe, Unflexionsformen werden immer automatisch mitgesucht. In dem Fall haben Sie jetzt 200 Treffer, 209 Treffer in der eigenen Bibliothek. Sie können das reduzieren jetzt über die Filter, präzisieren über das Smart Rank beziehungsweise können Sie natürlich jetzt auch weitere Begriffe eingeben, wie zum Beispiel Verlust, um auch noch einmal die Anzahl der Treffer zu reduzieren. In dem Fall habe ich jetzt 152. Was Sie jederzeit machen können und was immer wieder Sinn macht, ist, wenn Sie gewisse Phrasen haben, wie Vermietung einer Ferienwohnung, können Sie Vermietung einer Ferienwohnung unter Anführungszeichen stellen. Hier kommen wir dann zu einer weiteren Redaktion der Trefferliste, weil Vermietung und Ferienwohnung eng nebeneinander stehen müssen. Das Wort Einer ist ein Füllwort, das im Wesentlichen von der Suchmaschine ignoriert wird. Das heißt, ob jetzt Vermietung einer Ferienwohnung im Text steht oder von Ferienwohnungen beziehungsweise Vermietung von Ferienwohnungen ist für die Suchmaschine egal. Für Sie ist der Vorteil, dass auf jeden Fall Vermietung und Ferienwohnung eng nebeneinander stehen. Wenn Sie auch möchten, dass das Archiv, also die Vorauflagen der Bücher mit durchsucht werden, dann wählen Sie hier bitte einfach diese Option des Plus in der Suchzelle aus. Dann wird nämlich auch das komplette Archiv, das heißt auch die Vorauflagen der Bücher mit durchsucht. Die Gesamtbibliothek bietet Ihnen jetzt den Service, dass Sie hier den kompletten Datenbestand in Linde Digital durchsuchen. Das heißt, hier finden Sie dann auch Titel, die Sie nicht abonniert haben, die dann grau hinterlegt sind. Sie bekommen aber dann trotzdem die genaue Funkstelle des Buches, weil vielleicht haben Sie es ja im Print im Regal stehen und wissen dann auch ganz genau, wo müssen Sie nachsehen. Am häufigsten wird man jedoch mit der eigenen Bibliothek arbeiten beziehungsweise mit der Trefferliste in der Publikation. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel über den Reiter Werk beim Schnellfilter den Jahr kommt 2019 auswählen, dann haben Sie natürlich dementsprechend, wenn Sie dann in ein Kapitel des Jahr kommt reinklicken, im Werk dann immer noch diese fünf Treffer, die sich jetzt auf die oben eingegebene Suche beziehen, die Sie wiederum hier links aufgelistet haben. In der eigenen Bibliothek können Sie schon mit dem Klick der Maus über den Titel das jeweilige Dokument in einem eigenen Reiter wieder öffnen, beziehungsweise können Sie auch über den Klick auf dieses Drucksymbol mehrere Dokumente zusammen in einem Dokument ausdrucken. Das wird dann gesteuert über dieses zentrale Drucksymbol mit der Option Auswahl drucken. Es wird hier ein Dokument generiert, das jetzt entweder in Papier ausgedruckt wird oder zu einem PDF verarbeitet wird. Wenn Sie also zum Beispiel eine Vorschrift suchen, dann brauchen Sie nur 32 SDG einzugeben und Sie landen also direkt in der aktuell gültigen Fassung und Sie können jetzt wieder über die Passiv-Zitierung oder über die Fassungen den nächsten Schritt setzen, je nachdem, was Ihnen wichtig ist. Dementsprechend funktioniert das genauso auch zum Beispiel bei einer Randziffer einer Steuerrichtlinie RZ 1234 ESTR führt also dazu, dass Sie direkt das jeweilige Dokument auch öffnen können. Genauso funktioniert das auch bei Geschäftszahlen von Entscheidungen, aber auch bei Fundstellen, wie zum Beispiel in einer Zeitschrift SWK 2018 Seite 43 geben Sie ein und Sie also gelangen direkt ins korrekte Dokument, das mit der Seite 42 beginnt. Somit sind wir auch schon am Ende dieser kurzen Einschulung. Sie sehen auch in der Startseite rechts noch einmal die Kontaktdaten unseres Vertriebsteams mit der Telefonnummer und der Mailadresse. Wir bieten regelmäßig kostenlose Webinare zur Bedienung von Linde Digital an. Das ist dann etwas ausführlicher, ungefähr in der Dauer von einer Stunde. Ich freue mich über Ihr Interesse und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit Linde Digital. Dankeschön.